Chinas US-Botschafter hat erklärt, China werde trotz scharfer Sanktionen des Westens die normalen Handelsbeziehungen zu Russland aufrechterhalten. Die Sanktionen zielen darauf ab, Russlands Präsident Wladimir Putin zu zwingen, seine Invasion in der Ukraine zu beenden. Vergangenen Sonntag fragte der Nachrichtensender CBS den chinesischen Botschafter Qin Gang, ob die KP Chinas Militärgüter und Waffenlieferungen nach Russland plant. Qin sagte, dass Peking zurzeit keine Waffen und Munition an irgendeine Partei liefere, versprach aber nicht, dies künftig nicht zu tun. Seine Äußerung kommt zu einem Zeitpunkt, da Peking unter Beschuss steht, weil es sich weigert, die Invasion zu verurteilen. Mehrere Medien berichteten, dass sich das chinesische Regime quasi offen gezeigt habe, als Russland militärische Hilfe forderte. Die New York Times berichtete vergangenen Monat, dass chinesische Funktionäre die Sorge der USA abtaten, als Washington sie informierte, dass Russland eine Invasion in der Ukraine vorbereite. Die USA baten Peking, Russland von diesem Vorhaben abzuraten. Doch das chinesische Regime wandte sich von den USA ab und gab stattdessen die Informationen aus Washington an Moskau weiter. In dem CBS-Interview behauptete Qin stattdessen, Xi Jinping habe Putin angerufen und ihn gebeten, über die Wiederaufnahme von Friedensgesprächen mit der Ukraine nachzudenken. Dies widerspricht einem früheren Bericht der New York Times, wonach US-Geheimdienstmitarbeiter berichteten, Peking habe Russland aufgefordert, die Ukraine erst nach den Olympischen Winterspielen anzugreifen. Qin wies die Forderungen nach einer Verurteilung Russlands durch Peking mit der Begründung zurück, dies würde das Problem nicht lösen. Die Forderungen von Friedensgesprächen mit der Ukraine nachzudenken.